Ja, meine abschließende Frage. Wo siehst du den Club in fünf Jahren? Was sind deine persönlichen Ziele? In welche Richtung sollte sich der Club jetzt noch weiterentwickeln? Also das, was wir bislang sehr, sehr erfolgreich gemacht haben, ist ja eigentlich diese Kontinuität, das organische Wachsen. Die Pandemie hat uns nicht wirklich an der Stelle geholfen, sie hat uns auch ein Stück zurückgeworfen. Das müssen wir begreifen. Blenden wir mal die zwei Jahre aus, unter denen wir alle leiden. Und dann wieder die Schritte wieder nach vorne zu gehen. Dann, glaube ich, spielt das Thema Kontinuität in Richtung Dauerkarten weiterentwickeln, die Anzahl der Sponsoren weiterentwickeln, die Qualität in der Zusammenarbeit mit den Sponsoren weiterentwickeln, dann den Ansprüchen von allen in Summe gerecht zu werden. Das heißt, die Qualität immer weiter auf einem hohen Niveau zu halten, dass das deutlich gemacht wird, dass alle davon ein Teil dieses Clubs in der Zukunft und sehr viel stärker sein sollen und wollen. Und zum anderen brauchen wir eine Plattform. Wir haben das geschaffen mit dem Clubcenter. Ich stelle mir einen Campus vor. Es gibt einige Beispiele in Deutschland oder in Europa, die das sehr, sehr vorbildlich machen. Aber ich stelle mir einen Campus vor, wo es auch viele Kinder gibt, die dort Basketball lernen, wo wir ein Basketballzentrum haben, neben dem Clubcenter, neben dem Proficenter, wo wir mehr in die Breite gehen. Und für mich ist sehr wichtig, dass wir sehr viel stärker in allen gesellschaftlichen Gruppen und Bevölkerungsschichten wahrgenommen werden, dass Basketball ein Volkssport ist. Basketball ist kein elitärer Sport. Basketball ist kein Universitätssport. Der ist aus dem Universitätssport vor vielen, vielen Jahren, 1896 entstanden. Aber das ist heute ein Volkssport. In vielen anderen Ländern, in Deutschland immer einen Schritt besser. Da spielt natürlich die erste Bundesliga eine ganz wesentliche Rolle. Aber ich glaube, zunehmend mehr durch die sozialen Projekte, durch Streetball-Projekte, werden wir natürlich sehr viel stärker von anderen Gruppen, Bevölkerungsschichten wahrgenommen, in anderen Regionen wahrgenommen, sodass wir hier als Leuchtturm dieser Region sehr viel stärker in die Breite gehen müssen, um Reichweite hier in unserem Nordwestregion zu erzielen mit diesen sozialen Projekten. Ob das die Streetball-Projekte sind, ob das die Bas-Kitas-Projekte sind, ob das die Grundschulliga ist beispielsweise, wo wir in der Fläche einfach an der Basis arbeiten, tolle soziale Aufgaben wahrnehmen. Das ist für mich immer und wird in der Zukunft das Fundament sein. Auch wenn da oben mal leichte Schwankungen in den Ergebnissen entstehen können, darf das Fundament muss an der Stelle stabil bleiben. Und das andere ist, dass wir unsere Reichweite sehr viel deutlicher in Europa weiter ausdehnen müssen. Aber wir haben heute schon einen verdammt guten Ruf bei allen Spielern. Der Job, der in unserem Klub gemacht wird, der ist faszinierend. Das spiegeln uns immer wieder die Spieler wieder. Also attraktive, gute Spieler hierher zu bekommen, eigenen Nachwuchs auch weiterzuentwickeln, spielt für uns eine sehr, sehr große Rolle. Und wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass dieses als Familienunternehmen, als Repräsentant dieser Region ein super Aushängeschild ist, als Turm in dieser Region, der ganz weit als nach außen leuchtet und strahlt. Herrmann, vielen Dank für das Interview und die tollen Einblicke in unseren Herzensklub.